Jetzt müssen wir uns lenken und tun das auch. Das Pausen irritiert immer wieder. Das Pausen ist nicht locker. Wir haben einen Messer, einen Messer. Wir haben einen Messer, einen Messer und einen Messer. Wir freuen uns, dass wir uns auf einen Messer oder einen Messer haben und ein Messer haben. Das war ein Ekel, oder? Das war eine neue Kartoffel. Ok, dann fahren wir doch gleich. Lassen wir eine Handkante da rum. Ah, Baffa, Ello. Ein Leute. Gut.